Draußen auf dem Atlantik kreist ein Hurricane, links im Bild Margot, aber der ist weit weg von uns oder sie ist weit weg von uns. Wir haben es mit einer südwestlichen Strömung zu tun, mit reichlich milder Luft und schönstem Wetter. Besser kann man ein Wochenende kaum gestalten in dieser Jahreszeit. So schön wie hier wird es aussehen, morgen an der Alster. Dazu bekommen wir reichlich Sonnenschein und zwar von den zwölf möglichen Stunden Sonne werden es mal mindestens zehn. Die Nachttemperaturen bei zwölf Grad, dann allerdings morgen früh steigen die Temperaturen sehr schnell an. Die Sonne hat noch unfassbar viel Kraft, 24 Grad. Die höchsten Werte in der Innenstadt vielleicht sogar ganz knapp. Die Sommermarke von 25 Grad, die erreicht werden kann. Also ein herrlicher Ausflugstag. Ein Tag um den Spätsommer nochmal so richtig schön zu genießen an Elbe und Alster. Bei abendlichen Temperaturen von 18 Grad kann man sogar nochmal eine Weile draußen sitzen, bevor man dann sich die Jacke holt. Die Temperaturen dann in der Nacht bei zwölf Grad. Es bleibt trocken auch am Sonntag. Da sind die Wolken ein bisschen häufiger zu sehen. Angenehme 23 Grad, auch ein richtig schöner Tag. Und der Montag beginnt noch freundlich. Später folgen dann Schauer und Gewitter. Und diese Gewitter am Abend, die können sogar kräftig sein. Hagel, Starkregen und Sturmböen nicht ausgeschlossen. Es ist ein großer Wetterwechsel. Es geht dann eher unbeständig weiter am Dienstag und Mittwoch mit vielen Wolken. Wenig Sonne und Temperaturen. Naja, so knapp um die 20 Grad Marke herum, aber es wird doch spürbar kühler.